Im Dezember war es endlich soweit. Der DAX hat wie viele andere Aktienindizes auch den Ausbruch aus seinem monatelangen Seitwärtstrend nach oben geschafft. Man sieht hier, dass wir seit August mehr oder weniger in der Seitwärtsrange im DAX waren und hier der Ausbruch dann im Dezember. Anders als die Wall Street zum Beispiel, wo die Märkte auf neuen Allzeithochs notieren, sind Europas Börsen allerdings davon noch ein Stück entfernt. Es gibt vor allem drei Gründe, warum der Ausbruch im Dezember gelungen ist. Erstens die deutlich besser als erwarteten Konjunkturdaten und gerade Frühindikatoren und zwar weltweit. Zweitens hat es die EZB als wichtige Notenbank geschafft, mit ihrer Verlängerung des Anleihekaufprogramms bis mindestens Ende 2017 für mehr Klarheit zu sorgen. Nämlich, dass das ganze nächstes Jahr frisches Geld von Notenbankseite weiterhin in die Märkte gepumpt wird. Drittens bringen gerade solche Ausbrüche positive charttechnische Signale. Sprich, auch von charttechnischer Seite sind einige grüne Lichter aufgegangen, dass die Kurse weiter nach oben tendieren könnten. Auf der anderen Seite sind die Renditen angezogen. Sprich, die Anleihekurse sind unter Druck geraten. Man sieht die Renditeveränderungen hier am Beispiel der zehnjährigen Staatsanleihen für USA und für Deutschland. Und was man hier sehr schön sieht, in den USA ist der Sprung nach oben sehr, sehr deutlich. In Deutschland ein bisschen geringer, zuletzt wieder ein bisschen abgeebbt. Aber die Schere hier, der Zinsabstand zwischen beiden ist immer weiter auseinander gegangen. Und wir sind mittlerweile auf einem Niveau von dem Zinsabstand, wie wir ihn seit fast drei Jahrzehnten nicht mehr gesehen haben. Sprich, US-Anleihen sind deutlich attraktiver vom Renditeniveau im Vergleich zu Bundesanleihen. Und das ist ein Hauptgrund dafür, dass der Dollar gegenüber dem Euro viel, viel stärker geworden ist. Mittlerweile auf dem stärksten Niveau seit 14 Jahren und sich jetzt langsam der Parität nähert. Nach der ersten und einzigen US-Leitzinsanhebung 2016 im Februar, bei der die FED auch noch drei weitere Leitzinserhöhungen für 2017 angekündigt hatte, vorher waren nur zwei avisiert, rückt jetzt der Jahresauftakt 2017 in den Vordergrund. Und da steht am 20. Januar erstmal die Amtseinführung von Donald Trump als neuen US-Präsidenten an. Bisher gehen wir weiterhin kurzfristig davon aus, dass eher noch konjunkturunterstützende Maßnahmen von seiner Seite kommen, was unser positiven View für den Konjunkturtrend noch unterstützt. In Europa dürfte erst ab März das Thema Politik richtig in den Vordergrund rücken, wenn mit den Niederlanden die erste wichtige Parlamentswahl von einer Reihe von wichtigen Wahlen 2017 ansteht. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Im Januar sollten aus unserer Sicht aber jetzt erstmal die Konjunkturdaten, die voraussichtlich, wenn man sich die Frühindikatoren anschaut, weiterhin positiv tendieren dürften, im Mittelpunkt stehen. Und dann möglicherweise, wenn dadurch die Börsen relativ gut tendieren sollten oder relativ stabil sein sollten, im Februar dann, die Unternehmen in der Bilanzsaison möglicherweise etwas positiver nach vorne schauen, was vielleicht für die Gewinntrends positiv sein könnte und damit auch den Aktienmärkten weiter etwas helfen könnte. Insgesamt rechnen wir im Jahr 2017 mit einem dynamischeren Wachstum der Weltwirtschaft. Sofern sie Populismus und Protektionismus nicht bremsen. Dies können Sie gerne in unserem globalen Anlageausblick für das neue Jahr nachlesen, den wir auf unserer Homepage zum Herunterladen bereitstellen. Wir beleuchten dabei nicht nur die Markt- und Konjunkturtrends des neuen Jahres, sondern wir widmen uns insbesondere auch Themen wie der Globalisierung im Zusammenhang mit den immer mehr unzufriedenen Menschen. Auch Themen wie Digitalisierung unter dem Motto Mensch und Maschine und den Folgen daraus für uns alle. Viel Spaß schon mal beim Lesen. Wie stark die Unterstützung für die Aktienmärkte momentan ist, hat nach der Kursreaktion auf die Trump-Wahl zuletzt auch die postwendend positive Reaktion auf das eigentlich negativ ausgegangene Referendum in Italien gezeigt. Es zeigt so ein bisschen die Stabilität der Märkte. Mit der signifikanten Besserung der Konjunkturdaten und auch der Sentimentseite inklusive der Charttechnik haben wir uns im Dezember entschlossen, unsere Aktiengewichtung wieder hochzufahren auf leicht Übergewichten. Bezüglich Regionen heißt das, dass wir jetzt für Europa und für Japan positiv eingestellt sind, während wir für die USA und für Schwellenländer eher neutral positioniert sind. Auf der Rentenseite empfehlen wir nach wie vor die Risiken gering zu halten, sprich Anleihen generell unterzugewichten, kurze bis maximal mittlere Laufzeiten sowie einen breiten Mix etwa aus inflationsgeschützten Anleihen, aus Euro-Unternehmensanleihen, guter Bonität und Schwellenländer anleihen. Und abgerundet wird unsere Anlagestrategie nach wie vor primär aus Diversifizierungsgründen durch Dinge wie diversifizierte Rohstoffe und auch weiterhin Gold. 2016 war kein einfaches Börsenjahr, auch wenn der DAX summa summarum im mittleren einstelligen Prozentbereich wie von uns erwartet letztendlich zulegen konnte. Wir trauen ihm auch für 2017 eine ähnliche Performance zu, jedoch vor allem angesichts der politischen Ereignisse speziell der anstehenden Wahlen wiederum unter größeren Schwankungen. Darauf sollten sich Anleger unbedingt einrichten. Die Vorzeichen für den Jahresauftakt stehen aber schon mal gut. Vor allem von Seiten der Konjunkturladen ist ein Schwung da, der für einen relativ stabilen Januar aus heutiger Sicht spricht. Doch mehr dazu dann beim nächsten Mal.